Herzlich Willkommen zu einem neuen Part, Hollow Knight, das letzte Mal immer wieder hart reingeschissen gegen diesen Dude. Das ist bei den Bosskämpfern immer so, ich muss sie erst kennenlernen. Ich weiß nicht, wie die mich angreifen. Ich habe da gesehen, die Laser kommen von oben. Ich habe mich auf die Laser von oben konzentriert. Vor allem schießt sie mich auch. Da habe ich zwei oder drei Leben dran verloren, mit dem Typ. Oh, ja genau das meine ich. Ja, guck mal. Und schon zwei Leben wieder weg. Wurde ich so schwach bin. Ja, da habe ich zu spät gehandelt. Oh, da hat er mich auch schlecht. Nein, nein, nein. Und schon wieder mal ein Leben. Und es ist wie... Ey, ich könnte ja ausrasten. Ich bin so ein schlechter... Also ich hätte das in fünf von zehn Fällen niemals so schlecht gespielt früher. Einfach nur schlechter. Ich hätte viel früher mit meiner Fähigkeit gearbeitet. Ich hätte viel früher aufgeladen. Das war einfach nur schlechter. Ich wäre auch viel mehr ausgewichen. Oh Mann ey. Ich habe echt lange nicht mehr gespielt, Ich glaube, ich habe zwei Wochen oder so vorproduziert. Bei diesem Spiel ist es wirklich am Stück ein bisschen spielst. Ich bin echt reingeschissen. Also, naja, jetzt muss man nochmal richtig wieder reinführen. Wenn es länger ist. Ich habe, glaube ich, jetzt zwei Parts schon aufgenommen, seitdem ich wieder spiele. Ähm, ja. Aber, ne, wie ihr seht, ich werde irgendwie noch nicht besser. Aber es ist auch einfach noch sehr ungewohnt hier diese, ähm, Station, sag ich mal. Also, die, die Kristallmin, ist auch einfach sehr anders und speziell. Also, da ist nichts mit, ähm, netten Leuten. Einfach sehr hart. Ja, seht ihr, was ich meine? Ich spiele so dumm irgendwie. Ich kann es selber nicht beschreiben. Ja. Ich bin wieder hier vor ihm. Aber wieder nur vier Leben. Das heißt, ich bin mir gar nichts. Ah, wer fällt bis ins Nevada, Bruder? Ich bin schon wieder eins verloren. Es sind nur noch drei. Also. Ja, das ist, ähm, sehr hart wirklich. Tatsächlich. Für mich gerade. Ich meine jetzt nicht so spiele ich, sondern in diesem Spiel. Irgendwas suche ich. Ich kann. Die Lays ist doch einfach so dumm. Ach, die bringen mich auch ins Nevada. An dem vielleicht ein bisschen hochknallen. Vielleicht hat zwei Leben raus. Zweifel das kann. Leider nicht. Mal nochmal hier hoch und gucken, ob hier irgendwas Gutes ist. Wo ich mich, mir ein paar Leben holen kann. In der Warn of Paradise stimmt. Oh. Irgendwas. Ja, Miner weiter. Voll. Ich kriege mir auch immer nur Leben ab, weil ich so schlecht bin. Weil ich mal gegen die gewinnen kann. Ah, Mann. Ja, bei wenigst bin ich jetzt noch Opolive. Obwohl ich mir bei dem da unten noch ein paar Punkte und dann... hoffe ich, dass ich von den Lasern keinen Schaden bekomme und dann... ... sollte das vielleicht mal was werden. Hoffentlich. Dieser blöde Kristalldude. Ne, ich muss den echt... ...dereg mich echt auf mich. Ich muss den jetzt mal für dich machen. Okay. Let's go. So. Gut. Gut. Vorne muss ich jetzt meine Seele sein. Ich bin nicht. Oh. Ich mach weiter. Ja, aber ich besiege den trotzdem. Ich hab mich jetzt so gut vorbereitet. Ja. Perfekt. Perfekt. Ja, ich guckt einfach mal auf. Du musst ja lieber. Ver wenn 80cis. Ja, hier bin ich Mitle. Von Getraph das mit. Du bist Musik mit angekündigter. Ich bin mit coloring. Da war nicht mich. PhilippeUST sagtend ist nicht mehr, wenn Taugen zurück geht, Mitteln atenção nehmen noch. Das war's. Das war's. Okay, da bin ich doch gesprungen. Oh, ich hab ihn. Okay, okay, okay. Oh, gerade so, gerade so, gerade so. Ich hoffe, das war's jetzt wirklich? Ja. Okay. Ich würde mir jetzt gerade ernsthaft erzählen, dass es mir nicht mehr... Oh doch, die Bank. Oh, stimmt. Konnte ich die Bank eben nutzen? Ja, dann bin ich einfach so triggered. Ich hab gar nicht auf die Bank geachtet. Aber es ist gut, dass wir jetzt den Speicherpunkt hier haben. Oh, das beruhigt mich gerade. Fool, tatsächlich. Oh. Oh, 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 oh. Gut. Wir haben auf der Karte hier oben auch was, ey. Oh. Unglück. Ich komme hier nicht hoch, alles klar. Oh, man. Okay. Okay, okay, okay. Dann wollen wir. Ach, hier sind wir, okay. Ja, hier war ich ja eben auch. Da hat die wir, glaube ich. So. Schön runter. Hier fängt noch alles. Oh, nee. Irgendwas krasses. Hier können wir dann auch wieder zurück. Alles klar. So, ob ich würde sagen, wir gehen im nächsten Part da rein. Tut mir wirklich leid, dass ich beim Kampf nichts gesagt habe, aber es war einfach... Einfach spannende... Weißt du, wie gesagt, ich kann... Ich hab hier gerade den Kohlkuchen im Südschuss. Na, aber essen wir auch. Lecker. Ich kann... Meiner Meinung nach eigentlich ganz gut kämpfen. Aber ich muss halt vorher den Gegner kennenlernen. Das war jetzt mehrfach die Situation. Dass ich nicht wusste, wie der mich angreift. Manche sind so auf den Boden geflogen. Manche haben... Ähm... Dashes gemacht. Oder... Was weiß ich. Den man so ausweichen musste. Aber mit diesem Laser, mit dem hab ich gar nicht gerechnet. So. Man hätte sich's denken können. Ich vergesst mich nicht zu abonnieren. Ich sehe hier noch weiter meinen Kuchen. Ja, ne? Zum nächsten Part. Haut rein. Und... Und... Tschüss.